ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren video heute hier auf meinem kanal und heute stelle ich euch mal hier den nft tracker vor dieses video dient mehr oder weniger jetzt zu einer ergänzung zu ecomi wiki denn wir haben einmal ecomi wiki und wir haben einmal my nft tracker my nft tracker ist in dem fall hier von deutschen community membern aufgebaut worden und meiner meinung nach ein super und interessantes projekt hier auf jeden fall was ecomi wiki ganz schön einheizt meiner meinung nach und hier auf jeden fall extrem krasse konkurrenz macht was zum beispiel den nutzen und so weiter und die ganzen features angeht und wir schauen uns jetzt heute mal my nft tracker an und ich zeige euch welche features ich besonders hier an dieser webseite sehr sehr cool finde und was sie auch in zukunft sehr viel interessanter macht als ecomi wiki als allererstes wenn ihr hier wie gesagt auf dieser webseite landet dann habt ihr hier oben einmal die auswahl zwischen home nfts und portfolio hier oben habt ihr dann noch die möglichkeit euch einmal anzumelden in dem fall seht ihr jetzt hier captain wie wie in dem fall mein account name jetzt hier und genau ansonsten habt ihr hier auf der startseite erstmal noch ein bisschen was zu your personal nft tracker zu stehen dann habt ihr hier als allererstes die neuesten nfts zu sehen in dem fall fehlen jetzt hier schon die bilder was man vielleicht dazu sagen sollte was sehr wichtig ist my nft tracker nimmt die daten tatsächlich direkt von der app aber das ist ein sehr sehr komplizierter prozess wie sie sozusagen diese daten dann hier auch mit rein bringen deswegen dauert das manchmal ein bisschen mit dem updaten das ist wirklich für leute die jetzt nicht täglich oder stündlich hier reinschauen in die app sondern wirklich etwas wo man sozusagen über lange sicht wenn man mal einmal pro tag oder sowas mal reinschaut sehen kann okay hey wie hat sich denn jetzt hier mein collectible verhalten wie ist das ganze performt das ganze aktualisiert tatsächlich sehr sehr langsam gehe ich aber auch später noch mal darauf ein und zeige euch genau was ich damit meine auf jeden fall komme ich zurück auf die startseite in dem fall habt ihr jetzt hier erstmal die neuesten nfts dann habt ihr hier sozusagen die besten nfts hier in dem fall die am tag beziehungsweise in den letzten 24 stunden hier gestiegen sind vom preis in dem fall sieht man jetzt hier einmal him ist jetzt hier wirklich gerade richtig richtig krass nach oben gegangen momentan bei einem floor preis hier von 13.200 und genau dann habt ihr auf jeden fall hier die am stärksten gestiegenen collectibles da drunter ist natürlich dann der park mit den am meisten gefallensten nfts beziehungsweise natürlich auch comics collectibles und genau da seht ihr dann was hier in dem fall am meisten gefallen ist an dem wir haben jetzt hier einmal ultimate fallout hashtag 4 und genau ansonsten hier habt ihr wie gesagt die comics beziehungsweise die collectibles die am meisten gefallen sind sind tatsächlich häufig die comics so ob ich das jetzt beobachte und er nicht die collectibles da drunter haben wir dann die günstigsten nfts in dem fall comics hier da ist der an kenny x-man 308 in dem fall hier das günstigste was man momentan als nft auf wie wie kaufen kann mit einem marktwert von 10 gems da drunter habt ihr dann noch die teuersten nfts natürlich hier drunter ist natürlich einmal das movie ticket von no time to die donny und das marvel comic hashtag 1 und darunter haben wir dann sozusagen hier noch das imprint und die privacy bestimmungen und hier sehen wir auch noch mal der jakob lars und der robin machen hier diese seite grüße gehen auf jeden fall raus an euch und fettes fettes dank auf jeden fall für so eine wirklich sehr coole webseite wenn wir dann jetzt wieder hoch scrollen beziehungsweise hier oben in die leiste gehen haben wir ja noch die nfts und wenn wir dort einmal draufklicken haben wir hier einmal eine volle übersicht über alle nfts die hier momentan gedroppt sind und können wir natürlich dann auswählen welches auf welche seite wir dann wollen und hier haben wir eine sehr sehr coole funktion noch mit dabei erst mal können wir hier oben sortieren was wir zum beispiel jetzt haben wollen wir können jetzt zum beispiel nur die secret sortieren in dem fall können wir jetzt hier oben aber dann auch noch bestimmt wollen wir jetzt nur collectables haben oder auch nur comics ist auf jeden fall eine sehr sehr schöne filter funktion dafür und wenn jetzt mal ein collectable hinzufügen wollen ich habe persönlich zum beispiel hier einmal die secret gear gezogen da haben wir die möglichkeit hier das ganze erstmal zu den favoriten hinzuzufügen das heißt dass das dann mehr oder weniger vermerkt wird in unserer wunschliste in anführungszeichen wenn wir jetzt aber das ganze collectable hier schon gezogen haben dann können wir hier auf nft to portfolio klicken und das muss ich tatsächlich sagen finde ich extrem cool gemacht hier könnt ihr nämlich einmal eure edition nummer eingeben welche edition ihr in dem fall habt ich habe in dem fall die edition nummer 18.102 in dem fall das ganze haben wir jetzt hier auch mit dem richtigen preis ich habe das in dem fall zu dem drop preis bekommen in dem fall für 6 euro 99 man kann hier aber noch auswählen für was man das ganze dann hatte kann das noch eintragen finde ich auf jeden fall eine sehr sehr coole funktion auf die ich gleich auch noch mal zurückkommen werde denn das macht nämlich auch noch mal was aus wenn man das hier einträgt und das zeige ich euch gleich auch noch mal dann könnt ihr aber natürlich auch noch eintragen an welchem tag das ganze war ich glaube das war jetzt hier in dem fall war das ich glaube so am 16 oder sowas jedenfalls am job tag und dann könnt ihr das ganze hier einmal abschicken und dann habt ihr es sozusagen in eurem portfolio ist auf jeden fall eine sehr sehr coole funktion wenn wir jetzt hier aber auch mal auf das ganze drauf klickt dann haben wir hier eine sehr sehr schöne übersicht über das ganze collectable in dem fall haben wir jetzt hier einmal den release preis wie viel momentan noch verfügbar sind in dem fall ist natürlich sold out dann haben wir noch so ein paar informationen über den licensor was von collectable das ist und so weiter und so fort was der floor preis ist und ja was zum beispiel auch das all time high war oder was zum beispiel auch der floor preis in dem fall war genau ansonsten habe ich natürlich auch noch die totalen listings zur verfügung gestellt und den floor preis momentan was auf jeden fall jetzt hier sehr sehr wichtig ist was ihr beachten müsst ist nämlich hier immer das last update und zwar haben wir jetzt hier in dem fall den 18 12 und das um 21 uhr 7 jetzt heute wo ich das aufnehme ist es der 19 12 und wir haben es 20 uhr 48 das heißt ihr seht schon das ist jetzt schon mehr oder weniger knapp einen tag her wo das ganze aktualisiert wurde deswegen wie ich auch eben schon gesagt habe das ganze ist nicht immer super aktuell wie es bei ecomi wiki ist was tatsächlich einer der kritikpunkte ist was ich hier an my nft tracker auszusetzen habe ich weiß aber auch dass es halt nicht mehr oder weniger die schuld von den jungs hier ist denn sie kommen halt einfach nicht an dieser ip ran bzw bekommen nicht den zugang zu den daten von vivi die nämlich leider nur ecomi wiki hat und der teilt die leider nicht mit allen anderen und deswegen hat hier natürlich mein nft tracker das problem dass sie hier nicht die daten richtig schnell übertragen können in die webseite was in dem fall natürlich für sie ein extremer schlag ins gesicht ist muss man leider einfach mal so sagen denn das finde ich macht halt einen extremen nachteil wenn man aktuell schauen möchte wo der preis gerade steht ist das natürlich nicht so günstig trotzdem generell auf jeden fall auf lange sicht ein super super interessantes und hilfreiches tool das darf man auf jeden fall hier an der stelle nicht falsch verstehen dann habt ihr natürlich hier einmal auch noch my nft matrix das habt ihr natürlich nur wenn ihr natürlich auch das collectible in dem fall auch hier hinzugefügt habt zu eurem portfolio dann habt ihr unten aber noch die möglichkeit das ganze euch einfach mal in so einer art tabelle anzuschauen wie der floor preis sich verhält in dem fall hatte ich hier einmal die totalen markt listings die sind tatsächlich momentan konstant bei 80 und dann haben wir hier noch den floor preis den wie ihr seht hier einmal in rot dargestellt ist der momentan sinkt das ganze könnte natürlich auch noch einstellen in den sage ich jetzt mal unterschiedlichen zeit abschnitten in dem fall all time 30 tage 7 tage drei tage und den letzten 24 stunden finde ich persönlich ganz hilfreich um einfach mal zu schauen okay wo befinden wir uns denn gerade so ungefähr von der marktlage her ist es klug zum beispiel gerade ein collectible zu kaufen oder eher nicht wenn wir jetzt hier das ganze abgeschlossen haben dann haben wir jetzt eigentlich nur noch das portfolio und das muss ich sagen ist wirklich extrem extrem gut gemacht denn wir haben hier einmal wirklich das ganze sehr sehr schön übersichtlich aufgestellt insgesamt habe ich einmal die mint mit zahlen unter anderem mit dabei wir haben hier aber auch sozusagen die anzahl der collectibles die wir insgesamt haben dann einmal die collectibles und die comics noch unterteilt dann haben wir einmal hier wieviel selbst wie insgesamt gestartet haben wieviel selbst wir completed haben und sozusagen wie viele tage jetzt hier in dem fall man aktiver in dem fall drei tage in meinem fall ich bin natürlich schon viel länger aktiv und die collectibles habe ich jetzt einfach noch nicht wirklich eingetragen deswegen ist das hier natürlich jetzt momentan noch etwas viel am platz bzw nicht ganz korrekt dann habt ihr und natürlich auch noch den betrag den ihr momentan jetzt hier insgesamt habt an wert von den ganzen collectibles und dann habt ihr tatsächlich was ich sehr cool finde hier noch den potenziellen profit ungefähr den man gemacht hat in dem fall sind das momentan bei mir 1264 us dollar finde ich auf jeden fall eine sehr schöne übersicht und wir haben jetzt auch hier noch bei den collectibles eine sehr schöne auswahl und dinge die man auf jeden fall machen kann wir können jetzt hier nämlich unter anderem noch bei diesem dollar zeichen mark nfts sold angeben und da können wir nämlich eintragen wann wir das ganze collectible verkauft haben und das ist extrem interessant für die steuer dokumentation denn so hat man immer im überblick wann hat man denn zum beispiel was verkauft mit welchem preis und so weiter und so fort so hat man das ganze finde ich persönlich sehr sehr schön aufgelöst man kann hier sogar auch noch den tag einstellen wann das ganze verkauft wurde finde ich auf jeden fall sehr sehr schön und sehr sehr gut gemacht hier in der städte von my nft tracker wenn man das ganze jetzt natürlich noch initiieren möchte kann man hier natürlich auf edit portfolio entry klicken und dann hatten wir hier noch mal die auswahl zwischen edition number natürlich den preis für das man das ganze erworben hat und natürlich auch den tag den man hier auswählen kann wo das ganze dann gedroppt ist das kann man ändern und dann save portfolio und ja dann sieht man auf jeden fall hier hat sich noch mal einiges geändert zum beispiel bei den days die man aktiv ist hat sich natürlich dann dementsprechend auch noch mal was geändert wenn ihr das collectibles raus schmeißen wollt kriegt ihr natürlich einfach auf diesen mülleimer und dann delete nft und zack weg ist das ding ansonsten habt ihr hier oben noch mehr oder weniger die möglichkeit das ganze zu teilen ansonsten könnt ihr oben auch noch euer portfolio veröffentlichen und ja hier könnte mehr oder weniger das ganze dann an oder ausklicken finde ich auf jeden fall eine sehr sehr schöne funktion und dann könnt ihr hier das ganze kopieren und das für andere leute verfügbar machen ansonsten wenn ihr das schloss hier zu macht ist das ganze für alle anderen nicht sichtbar ansonsten habt ihr oben nur beim account eigentlich das logout leider sonst nicht viel mehr ich hoffe mal dass da auf jeden fall in zukunft noch einiges kommen wird das war's jetzt mit my nft tracker ich kann auf jeden fall zum schluss hier als fazit sagen ich finde den my nft tracker extrem hilfreich und es werden auf jeden fall noch sehr sehr viele wichtige funktionen hier hinzu kommen es ist natürlich leider sehr sehr schade dass hier in dem fall die funktion der aktualisierung sehr sehr schleppend und auch sehr sehr langsam geht trotzdem muss man sagen wenn man nicht gerade oft wirklich hier reinschauen möchte und das mal so ab und zu sehen möchte wie die sachen sich entwickeln dann kann ich auf jeden fall my nft tracker definitiv empfehlen und er tatsächlich sogar ekomi wiki vorziehen ist natürlich am ende aber eure entscheidung was in dem fall wählt ich persönlich werde mich aber tatsächlich auch weiterhin jetzt hier mit my nft tracker noch mehr beschäftigen auf ekomi wiki habe ich ja tatsächlich auch schon ziemlich viel gemacht aber ich werde tatsächlich auch viele sachen jetzt hier auf meine t-tracker übertragen denn ich persönlich finde einfach viele funktionen sehr viel hilfreicher tatsächlich als auf ekomi wiki und deswegen meine persönliche meinung my nft tracker ist für jeden etwas der wirklich nicht gerade oft in die app schaut beziehungsweise nicht gerade oft auf seinem portfolio schaut für jeden das schnell und aktualisiert haben möchte der sollte dann ekomi wiki wählen auf jeden fall generell aber ein super tolles projekt und auf jeden fall ein fettes fettes danke auf jeden fall hier an die jungs die ja und auch schon genannt habe und ansonsten wünsche ich euch auf jeden fall noch einen schönen morgen mittag und abend wir sehen uns im nächsten tipps und tricks video und tschau tschau